Mario und nen Zerra, oder? Und nen Guard, nein, die haben generell ein starkes Team. Snorlax fand ich jetzt bisher auch sehr stark, muss ich sagen. Also, ähm, hier, Relaxo. Ich glaub, der hat sehr starken CC und stört halt auch nicht, ne? So. Ihr geht alle, ihr geht alle top, ne? Mir wurde vorgeschlagen, top zu gehen, und die gehen alle top. Nice. Brauchen wir mal, dass in die Richtung ging. Nice. Äh, Rock Tomb. Same. Sehr schön. Ich glaub, wir müssen oben helfen. Holy shit, okay. Sehr schön. Vielleicht hat er die Punkte aufgenommen, okay, der hatte gar keine mehr. Hallo? Kamera? Ja, nice. Wo ist mein Kumpane hier? Ne, willst nicht kommen? Okay. Alter. Netter Boy auf jeden Fall. Ja. Ich glaub, das ist ein GG. Ich glaub, mein Team will einfach das Spiel nicht spielen. Bisschen schade, aber hey, was will man machen, ne? Ist grade unser Supporter auf der Bot. Und, okay, jungle du, während wir die ganze Zeit geragt werden. Läuft bei dir? Ja. Stealth Walk. Bump. Und. Stats Walk. Und das. Selbstmöglich. Zack. warum auf dieses spiel hat er glück gehabt hat er glück gehabt der jungen leute wir haben unseren verbündeten da hinten vergessen zack und zack aua aua kann er so weit schießen was haha okay okay i guess not haha oder go nice und machen jetzt auch wieder work das ist gut magi als ob die in den letzten millisekunden da rausgekommen sind glaubt es nicht jetzt geht es aber ab hier und dann scoren war daaam okay okay geh mal für das ding nach oben okay ich kann mich auch selber heute mit aufsperren sehr gut zu wissen so gucken wir mal na schade das relaxo kriegen wir wohl nicht mehr so komm du bist zwei level unter mir buddy i mean please warum ist er so fest okay oh mein gott da ans doppel will das war ein dicker play von mir man kennt ihn man kennt ihn so stellen poschen nehmen locktum skydruck come on okay jetzt sind es ein bisschen problematisch werden hier ja okay 150 zu 120 nice oder 349 nice nice hat mir auf jeden Fall gut gefallen meine performance bester im team so muss da halt nicht